Flash and Flash, oh yeah! Halt, Schritt, Proby! Halt, Schritt, Proby! Der Alarm wurde beim Sportcastle ausgelöst. Geh da rüber und sieh nach, ob sich da noch Einkaufswütige rumtreiben. Hey, weiß irgendwer, wie das Doncher-Spiel steht? Morris, Konzentration! Hey, das ist ein wichtiges Spiel! Die Phillies sind da! Oh Gott sei Dank! Wenn ich nur aufstehen könnte... Okay, Matt, ich bin da! Aber das Sicherheits-Tor ist zu! Ich kann dich auf den Monitoren sehen! Moment! Ich deaktiviere das Tor! Okay, rein da! Und zieh dich um! Siehst du was? Wo kommt der Rauch hier? Zieh dir das nach Möglichkeit näher an! Okay, wir haben den Brand gefunden! Hast du noch Augenbrauen? Captain, Proby ist im Sportladen in einen Feuerübersprung geraten! Morris, hol ihn da raus! Das ist zu gefährlich! Mach dir nichts aus Kutaka! In den letzten 10 Jahren kam dir nur einem Feuer nah! Den in seinem Wohnzimmer an einem kalten Winterabend! Das ist der Fall! Abgesehen davon solltest du der Windfeld doch hierher zurückkommen! Such dir einen anderen Ausweg! Das ist der Fall! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020